Die Spieler sind im 0-4-Johan und dann, dass es nicht mehr schwammelt, dass alle guten Sportarten sind und alle guten Athleten im Olympischen Dorf gut zusammen sind. Das ist einfach eine ganz andere Atmosphäre, wie wenn sie Süßschwimmer sind. Man schmeckt, dass ich mensch flott kann. Ich kann nur an Sportarten gucken, dass jeder ihn unterstützt. Und das ist einfach ein bisschen ehemalig. 4-4-Johan, wenn wir noch ganz jung gehen, sind wir praktisch dort angegangen. Um die große Erfahrung und die große Kurs sind, da sind wir schon durch Gewinn bei Europameisterschaft und Weltmeisterschaft zu schwimmen. Das hat mich noch so viel verbessert. Und die Erwartungen sind natürlich viel für mich hoch als 4-4-Johan. Ich bin in England aufgebaut und bin in optimale Konditionen. Ich kann mit den ganz guten Athleten, mit den Weltmeistern, den Europameistern gewinnen, trainieren. Ich meine, das ist eine ganz gute Atmosphäre. Sie sind dann in einem anderen Mann im Training. Am Januar habe ich mich schon zu qualifizieren. Das ist ein grosses Viertel gewesen. Ich kann einfach die ganze Zeit mit den Olympischen Spielen abbauen. Zum Beispiel nicht für die Europameisterschaft. Man muss dann voll do-drop vorbereiten. Man kann trainieren. Man kann auch wirklich die ganze Präparation an dem Olympischen Spielen aufbauen.